Wie sieht unsere Rüstung eigentlich aus? Müssen wir bald mal eine neue machen, glaub ich. Aber so ist das halt. Ich kann nicht mehr so schlecht aus hier. Ich muss diesen Weg weiterziehen. Ich sag es jedes Mal. Es fällt mir jedes Mal wieder auf. Wirklich tun, wo ich's nie. Ich nehm mich mit. Gut, dass du hier stehst. Zugewachsen. Okay. Äh, Breitness. So. Äh, pfackeln. Habe ich jetzt unsere ganze Kohle mitgenommen? Was war das denn? Äh, hier hin. Wir brauchen wieder Kohle. Aber wir haben doch jetzt mal so viel gefarmt. Ich wette, er hat bestimmt noch zwei Stacks oder so im Inventar. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Das Schöne ist, er kommt erst, äh, wieder, wenn die Ferien vorbei sind. So, meine Ferien. Ich hab ja momentan auch Ferien. Bis dann wollte ich eigentlich sehr, sehr viel vor aufgenommen haben. Ah, was soll ich tun? Dann werde ich halt wieder ein bisschen alleine aufnehmen. Ich werde ein paar Leute fragen, ob sie nicht mal Lust haben, darüber mitzuspielen. Dann hast du natürlich kein Aether in den Runden. Aber, ja, ein, zwei werde ich bestimmt dazu kriegen. Oder auch mehrere, drei, vier, die mal Lust haben, darüber mit aufzunehmen. Ich hab die ganze Zeit Angst, irgendwie in Lava zu fallen. Das ist übrigens immer noch meine Crafts, das Text Trap Pack, falls ich es nicht gesagt habe. Ich hab es nicht gesagt, bin ich mir ziemlich sicher. Wo ich dachte, das war klar. Das erkennt ich ja auch fast hier, das Text Trap Pack. Jetzt sind wir schon wieder hier. Wir müssen ja nach unten. Wir werden uns dann gleich einen Enchanter bauen. Auf jeden Fall. Darf ich eigentlich einen ganzen Raum für haben? Und die Diamantspitze, da kann man noch einen verzaubern. Es ruckelt, es ruckelt wieder so schnell. Das ist so nervig. Ja, da müssen, oh, da müssen wir jetzt leider mit leben. Das ist, um Gottes Willen. Fang dich mal bitte wieder. Danke. Was? Hallo? Äh, Leute. Das ist jetzt gerade natürlich ein bisschen... Kurzer Pausieren. Ähm. Das liegt daran, dass ich kein Optifine mehr habe. Was sagt eine PC? Warum? Ich habe gerade einen CPU-Auslast von 70%. Ich hoffe, dass die Aufnahme weiterläuft und mir jetzt nicht eine strichliche Rechnung macht. Aber ich werde jetzt mal einen Task Adventure öffnen. Sonst habt ihr jetzt hier halt gerade ein schwarzes Bild. Und mal gucken, was das ist. Äh. Prozess beenden. Ja. Java frisst ein Gigabyte. Das ist ja ganz normal. Flaps frisst einen halben. Nicht mal. Jeff! Wo liegt denn die ganze CPU-Auslastung drauf? Okay, wir versuchen es einfach mal wieder. Ganz normal. Ja. Okay. Es geht wieder. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich hoffe, dass es nicht wiederkommt. Und... Ansonsten... ...wird es... ...wird es... ...wahrscheinlich nicht weitergehen, bis ich Optifine wieder... ...bis Optifine geup... ...datet... ...t... ...t...t...t...t...t...t...t...t...s... ...was bei Optifine natürlich glaube ich auch nicht so lange gedauert, aber... ...oder wenn wir die HD-Textures raus... ...was ich ungene tun würde. ...aber das wird dann wahrscheinlich der erste Versuch sein. Und danach erst wird Optifine gewartet. Ja, happy birthday. Danke. Wir brauchen dringend Kohle. Ähm... ...dass wir mal ein bisschen zu. ...einfach nur zur Sicherheit. Oho, es ist nervig. Das Wasser. Hallo? Ah, da kommt noch Wasser her, okay. So... ...einfach nur damit es ein bisschen trockener ist, wenn wir das hier abbauen. Also, was mit den Trams gerade los war, weiß ich echt nicht. Das... ...beschäfte ich mich jetzt gerade noch ein bisschen. Ich hab das Gefühl, wenn ich alleine aufnehme, läuft das flüssiger mit dem Sprach... ...mit dem Sprachfluss. Könnt ihr mir gerne mal sagen, wenn ihr das jetzt hier öfter schaut. Gibt's ja auch bestimmt so ein, zwei Leute, die das machen. Ähm... ...was ihr... ...liebe habt. Together oder Singleplayer. Oder dass ich... ...dieses Display großteils Singleplayer lasse und ab und zu mal wen dazu hole. ...wird es halt noch ein anderes Together geben. Mir ist das egal. Ich spiele gerne Together. Auf jeden Fall. Aber... ...es... ...muss ich feststellen, stressiger. Wenn man jetzt nicht so ein Spiel hat, was so regelmäßig aufgenommen werden muss. Weil das sozusagen gerade mein Hauptprojekt ist. Ist auf jeden Fall stressiger, als das beispielsweise, was in Battlefield oder Portal war. Und wobei... ...weiß ich nicht. Ist einfach so. Ich verstehe auch nicht direkt, warum. So. Was... ...zum Kuckuck. Geh weg. Hm. Werden wir uns mal was überlegen. Auf jeden Fall werde ich demnächst mal ein Adventure mitbringen. Da habe ich tierisch Lust drauf. Ich weiß noch nicht welche. Mit wem. Hm. Da werde ich mir mal was überlegen. Oder was ich mir auch überlegt habe. Eine Runde Mario Party mal aufzunehmen. Das ist... Mario Party ist gegen Computer so langweilig. Da muss man sich echt... ...mal eins... ...so wirklich vier Leute zusammensuchen und dann eine Runde spielen. Das ist ja auch gar nicht so eine schlechte Idee. Und was ich eigentlich heute noch vor hatte zu starten, das mache ich zwar wieder sowieso nicht, weil es gerade gefühlt zu 3000 Grad in mein Zimmer sind. Äh, also im Zimmer, wo ich aufnehme hier. Ich hatte eigentlich vor mal meinen LOL-Kanal... ...ä, also meinen True Legends-Kanal zum Laufen zu bringen. Falls es Ihnen irgendwer interessiert, der ist rechts verlinkt. Das war noch nicht zu hochgeladen. Hat auch erst zwei Abonnenten oder so. Aber es ist einfach unaushaltbar in diesem Raum. Ich quere nämlich hier auch gerade ein bisschen... Naja, ich habe hier eine gute... Habe hier sechs 1,5 Liter Flaschen Wasser stehen. Die werden jetzt noch zwei Tage reichen. Hoffe ich. Und dann... ...geht das wieder klar. Wir fahren mir übrigens schon wieder Kohle. Wir wollten ursprünglich eigentlich obsidieren holen. Genau, was ich noch machen wollte. Ich wurde von jemandem darauf hingewiesen, dass ich doch den Tunnel... Ähm... ...bitte hochziehen soll. Aus dem Meer, der da runterführt. Ob ich es mache, weiß ich nicht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall an... Du bleibst bei mir. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Wie das aussehen würde. Halleluja. Wie hoch sind wir eigentlich? Jetzt habt ihr den Seed. Ist mir aber auch egal. Ich glaube, ich habe den Seed am Anfang nicht mal versteckt. Was auch keinen Sinn macht. Oh, um Gottes Willen. Ist was gut für den ganzen Kreis? Rot ist... Ich hoffe es mal. Äh... 18 sind wir. Es muss doch hier irgendwo Lava geben. Ja, außer die da jetzt, weil das ist nicht wirklich die eigene zum Obsidieren kriegen. Hm. Was ich übrigens total sinnlos finde, ist, dass Kohle, äh, Erfahrung droppt. Und ich meine, Gold droppt keine. Ich kann nur den Grund dahinter, glaube ich, nachvollziehen. Ich kann nur den Rasen darin. Horn doch.